Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es ein ganz einfacher Rezept und ich glaube das kennt jeder. Das ist ein Wurstgulasch und so sieht er aus. Dazu serviere ich meinen Möhren mit Orangen Salat, sonst kann man einfach einen grünen Salat dazu machen. Oder wer keine Nudeln oder Beilage macht, kann man Gulasch einfach in eine Schälche servieren und dazu frische Baguette oder Brotchen. So liebe Freunde, wir müssen schnell an den Tisch, dass es nicht kalt wird und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen und vielleicht auch wieder mal nachkochen. Für meinen Wurstgulasch habe ich folgende Zutaten vorbereitet. Ich habe hier bekommen so kleine Rinder, Wiener Würstchen, dann zwei mit Tende und eine Cabanose. Auf jeden Fall zum Wurstgulasch kann man unterschiedliche Arten von der Wurst nehmen. Ob normale Wiener Wurst, ob das nehmt ihr sogar Rostbreitwurstchen und die andere. Oder im Sommer zum Beispiel von der Grill noch die Reste übrig geblieben, kann man auch dazu machen. Auf jeden Fall, wenn mal was auch gerüchtet ist, ist dabei, wie Cabanose oder mit Tende, dann gibt es noch besseren Geschmack in die Gulasch. Und dazu serviere ich meist Nudeln, kann man auch Reis oder Kartoffelbrei auch machen. Danach habe ich zwei Paprikas vorbereitet, eine rote, eine grüne, zwei so eine mittlere große Zwiebel, es kann man auch weiße Zwiebel nehmen. Ich mag mir die rote Zwiebel, zwei so eine große Tomate, dann ich habe noch ein bisschen übrig hier Speckwürfelchen, sind nur 50, knapp 50 Gramm. Werde die da auch verwenden, wenn einer mag, Knoblauch dazu geben. Für ein Dicken nehmen wir ein bisschen Mehl. Zum Karamellisieren und Geschmack geben braucht man ein bisschen Süße, dann nehme ich die braune Zucker. Anbraten werde ich auf den Butterschmalz, kann man auch Öl nehmen und von den Gewürzen natürlich ist das euch überlassen, was ihr für so eine Gewürze nehmt. Ich nehme schwarzen Pfeffer, Cayenne Pfeffer, dann Mix für das Fleischgewürz, dafür habe ich ein Video. Und dann Paprika Edelsüß und Majoran etwas. Und das werden wir alles noch einrichten oder mit unserer angelegten Tomaten, was wir selber gemacht haben oder so sind. Aber ich habe mir jetzt eine Flasche von passierten Tomaten geholt. Und wenn ihr das mögt, könnt ihr auch noch ein bisschen was Seiniges dazu geben. In meinem Fall habe ich jetzt Creme Fraiche. Wir können jetzt alles klein schneiden, schon vorbereiten und danach ans Herd gehen. Dieses Gericht wirklich geht sehr, sehr schnell. Wenn es ohne Kamera macht und alles nebenbei, dann seid ihr wirklich in 10-15 Minuten fertig. So, ich schnipple erstmal alles klein. Tomaten kann man auch eine Dose gestückelte Tomaten, diese Pizzatomaten nehmen. So, mit Tomaten sind wir auch fertig und jetzt nur die Würstchen schneiden. Die Würstchen schneiden wir, Hauptsache die sind klein und schön, kann man die auf den Löffel nehmen. Mietende und Cabanose teile ich aber auf die Hälfte. Cabanose kann man sogar nochmal so schneiden, weil es alles so klein ist, das ein bisschen einhaltig zu halten. So, wir haben jetzt alles vorbereitet und jetzt können wir an den Herd gehen und unser Gulasch fertig kochen. So, ich habe mir jetzt eine so eine tiefe Pfanne genommen, kann man auch in den Topf es machen. Und nebenbei habe ich auch schon Topfchen gestellt mit Wasser für die Nudeln, weil es wird wirklich alles zusammen fast fertig. In die Pfanne gebe ich ein bisschen Butterschmalt zum Anbraten und wie gesagt, das kann man auch Öl nehmen. Das wird reichen. So, der Fett ist jetzt heiß, geben wir Zwiebeln rein. Werden wir erstmal kurz den Zwiebeln anschmoren. Geben wir zu den Zwiebeln, ein bisschen braunen Zucker und etwas Salz. Dann wird das alles schneller gehen wie in die Pfanne. Der Zwiebel legt gleich Wasser und wird schnell gar. So, hier in die Mitte kann ich schon den Späck geben und kann auch schon Messern braten. So, die Knoblauch kommen schon rein. Und kann alles so zusammenschmoren. So, jetzt sieht man, es ist kaum häufig. Das Reibschut, es riecht auch sehr angenehm. Dann können wir schon unsere Paprika-Würfel dazu geben. Bisschen schon Pfeffer. Und ich gebe jetzt dann ein Esslöffel Mehl. Und dann können wir schon hinterher die Tomatenwürfel dazu geben. So, jetzt können wir auch schon unsere Pfeffer die Tomaten dazu geben. Und gibt es so viel, wie es denkt, dass es so viel braucht. So, nehme ich das ganze Glas und wenn es mir nicht reicht, dann gebe ich einfach Wasser noch dazu oder Gemüsebrühe. Das ist schon ein großes Glas, 720 Milliliter. Wenn ich noch ausspüle, dann wird hier Flüssigkeit genug vorhanden. So, die Flasche habe ich ausgespült und gebe auch dazu. So, jetzt können wir unsere Soße richtig würzen mit dem Paprika-Edelsüß. Ich gebe auch noch ein bisschen Majoran, aber nur die, welche es mögen. Und manchmal Kinder mögen ja gar nichts von den Kräutern. Dann ein bisschen von meinem Fleischgewürz. Und für die Schärfe Cayenne-Pfeffer. Umrühren, probieren und 5 Minuten köcheln lassen, bevor wir Wurst reinmachen. Was für so eine leckere Tomatensoße jetzt hier geworden, röstlich. Probieren. Ganz bisschen Salzfell. Und jetzt Deckel zu und 5 Minuten schmoren lassen. So, wenn das Wasser auch kocht, kann ich auch gleich die Nudeln kochen. So, nach 5 Minuten können wir schon unsere Wurst reinmachen. Schaut, wie lecker sieht das aus. Und ich habe schon wieder mal probiert und nach meinem Geschmack brauche ich hier nichts mehr reinmachen. Gewürz ist okay. Jetzt gebe ich die Wurst rein. Da wird wieder ein Topf voll. Und ich kann euch sagen, den Wurstgulasch kann man ruhig für zwei Tage kochen. Und dann einfach nur Beilage am nächsten Tag andere machen. Und zum Beispiel, heute mache ich Nudeln, morgen kann ich oder Reis oder Kartoffeln breiter zu machen. Weil am nächsten Tag Wurstgulasch schmeckt noch besser als am ersten. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur ein paar Minuten, dass unsere Wurst richtig heiß wird. Fertig. Es muss nicht lange gekocht werden, weil es schon gekochte Wurst ist. Ungefähr so zwei Minuten, zwei, drei Minuten und dann kann man auch Creme Fraiche einrühren und nicht mehr kochen. Und dann schon servieren. So, mein Herd habe ich ausgemacht und schon Creme Fraiche reingerührt. Ihr könnt natürlich auch ein T-Shirt servieren oder gleich anrühren, so wie es in eurer Familie es mögen. Habe ich das angerührt und ein bisschen auch gefrorene Kräuter dazu gegeben. Leider meine Kamera ausgegangen, weiß ich nur nicht warum. Und ich glaube, ich habe das nicht aufgenommen, wo ich das alles reingemacht habe. So, wir können jetzt servieren. Die Nudeln, bei mir heute gedrehte Bandnudeln und dann diese leckere Wurstgulasch. So lecker sieht er aus. Dazu kann man servieren, grünen Salat oder bei mir heute ein Möhren-Orangen-Salat. Schmeckt auch sehr lecker dazu. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal heute fertig, haben wir uns leckere Mittagessen gekauft. Und jetzt gehen wir an den Tisch und euch wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Ein guter Appetit danach und bis zum nächsten Mal. Tschüss.